Ex-Kanzler Sebastian Kurz soll laut Firmenbuch einer der sieben Direktoren der Mazda Solar- und Windkooperation sein, die als Europatochter des Konzerns fungiert. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Amsterdam und verwaltet Solarkraftwerke und Windparks, beispielsweise in Großbritannien, Polen und am Balkan. Wie aus dem niederländischen Firmenbuch hervorgeht, soll er diese Tätigkeit bereits seit April 2022 ausüben, nur sechs Monate nach seinem Rücktritt als Bundeskanzler. Doch was genau sein neuer Job umfasst und wie viel er damit verdient, ist unbekannt. Auf der Webseite der Beratungsfirma von Kurz wird die neue Position nicht erwähnt. Dort ist lediglich von Investitionsprojekten mit dem Unternehmer Alexander Schütz, von Beratungstätigkeiten für US-Investor Peter Thiel sowie der Mitgründung der Cyber-Security-Firma Dream mit Sitz in Tel Aviv die Rede. Die Energiefirma Mazda aus den Vereinigten Arabischen Emiraten sorgte in der Vergangenheit mit der Errichtung einer grünen Modellstadt in der Wüste für Aufsehen. Mazda City liegt in der Nähe des Flughafens von Abu Dhabi und soll 15 Milliarden Euro kosten. Laut eigenen Angaben möchte sie die erste CO2-neutrale, müllfreie und nur mit erneuerbarer Energie betriebene Stadt der Welt werden. Mazda hat sich zum Ziel gesetzt, ein globaler Player im Markt für erneuerbare Energien zu werden. Wir wollen zur Hauptquelle für die künftigen Energielösungen der Welt werden, erklärte Sultan Ahmed Al-Jaber, der den Konzern führt.